Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren spannenden Tiefsee-Folge, obwohl so Tiefsee ist das gar nicht, aber zu einer weiteren, ja, ich glaube schon spannenden Folge, Subnautica Below Zero. Ja, was wollen wir diese Folge machen? In der letzten, also ich habe jetzt zwischen den, habe ich, im Prinzip habe ich eingepackt, so wie ich das auch gesagt habe, das heißt, ich habe die Seebahn ja soweit fertig. Achso, ich stehe, ich habe halt schon losgelöst. So, ich habe die Seebahn soweit fertig gemacht, ich habe sie auch soweit ausgerüstet, das heißt, ich habe hier, ne, ich will da gar nicht drauf klingen, ah, das ist immer so nervig. So, ich habe hier im Prinzip, ich habe ein paar Bojen mal mitgebracht, habe mir gedacht, das ist bestimmt ganz sinnvoll. Dann habe ich Batterien habe ich eigentlich ganz gut dabei. Ich habe auch hier jeweils eine, guck mal, die ist nämlich schon leer. Warum habe ich da eine Leere wieder mitgenommen? Wer weiß das schon? So, ich will eine volle mitnehmen. Dann habe ich hier tatsächlich Meatpack, da will ich auch gleich eins noch einpacken und dann habe ich hier, auf alle Fälle Wasser habe ich mit, also ich habe mir so solche Sachen mitgenommen. Ich hätte mir natürlich vielleicht noch so einen Keks mitnehmen sollen, ich weiß auch nicht. So, ich würde jetzt sagen, dass wir die vielleicht auch einfach mal essen und dann müssen wir halt gucken, wie es wird. So, ja komm, dann kann ich die anderen auch noch essen. Ich war nämlich kurz noch bei Station Delta irgendwie angehalten. So, das heißt also, da ist gar nichts drin, also das ist total leer. Mehr habe ich auch gar nicht dabei. Ich habe mir gedacht, das muss jetzt reichen. Ich habe auch inzwischen die Folgen noch ein bisschen an der Station herum gebaut. Das zeige ich euch aber, da kommen wir auch schon wieder die ersten Erweiterungen an, aber das zeige ich euch dann noch. Dann habe ich zwischendurch tatsächlich auch noch so eine Gravitationsfalle, das zweite Fragment gefunden, also beim Sammeln von Ressourcen und die können wir uns dann auch bauen, wenn das nachher soweit ist. So, aber auf alle Fälle sind wir jetzt soweit. Ich bin noch mal gespannt, also die hat jetzt noch Energie hier. Die Seemann, ich will hier mal ganz kurz ran, die hat jetzt noch Energie von 6. Ich bin ja gespannt, was passiert, wenn die Energie ausfällt. Was natürlich hier unten, also gerade in der Tiefsee, echt fatal sein könnte, wenn der Sauerstoff mit einmal weg ist. Aber wir lassen uns da überraschen. Was ist das denn da für ein Tier? Ah, man weiß es nicht. Da unten ist jedenfalls die Pilotin, die letzte bekannte Position. Also das ist ja letztendlich auch das, wo wir jetzt als nächstes hinwollten. Oh. Also. Also hin da. Oh. Hä? Was, das ist hier? Aber hier ist nix. Da ist was. Äh, äh, ja. Ich hatte mir jetzt irgendwie tatsächlich mehr erhofft. Wenn ich ehrlich bin. Also hier muss ja irgendwas sein, oder? Aber irgendwie... Ist hier nix. Habe ich die schon gescannt? Ne. So, ich glaub wir müssen... Einmal, wo ist denn die Seebahn? Einmal kurz Luft holen, bitte. Ich weiß. So, wieder aufgeladen. Äh... 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 Ja, nun. Äh... Ne, das wollte ich gar nicht mithaben. Also so ganz habe ich es jetzt nicht verstanden. Also hier sind zumindest... Ich weiß nicht, was das ist. Also das ist nicht so richtig Kabel, ist das nicht, oder? Die Frage ist, wo führt das hin? Also letztes bekanntes Signal ist hier, aber es ist nix hier. Irgendwie... Zumindest habe ich jetzt so nix entdeckt unbedingt. Ah ne, das hatten wir schon. Drei, bitte. Sauerstoff. Eines Krebs-Wärmereaktors. So, aber jetzt auch nix, wo ich Sauerstoff herkriege. So, wo ist denn die Seebahn? Da komm ich... Komm ich da durch? Ja, doch. Ich glaube schon. Also das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Also das Signal, aber da ist nichts. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Äh, welche Tiefe haben wir denn? 140? Kann ja jetzt auch nicht viel weiter runter. Weil das Signal soll da sein. In 48 Meter Tiefe. Da vorne ist ja auch irgendwie was. Aber es ist denn dann nicht so ganz... Klar, normalerweise hätte ich gesagt, ich muss dem Kabel irgendwie folgen, aber das ist kaputt. Was? Was? Ja... Aber was soll mir das sagen? So, das da oben, oder was? Das könnte man natürlich irgendwie erforschen. Aber so wirklich... Helfen tut mir das jetzt nicht. So, und diese Biester sind irgendwie zwischen mir und der... Seebahn. So, ich weiß nicht. Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch hier. Also ich weiß gar nicht so richtig was ich machen soll. Also weil das letzte bekannte Signal ist irgendwie... Schon da unten? Schon da unten? Also würde ich ja normalerweise sagen, da unten muss irgendwas sein. Aber was? Also auf mein neues, würde ich sagen. Was mich jetzt noch ein bisschen nervt, also das letzte bekannte Signal ist jetzt irgendwie hier... Schon gewesen. Aber hier ist nicht wirklich was zu entdecken, dass ich sagen würde, hier ist jetzt... So, dies und das. Für Salzsäure? Äh... Schon wieder ein Fragment? Also man könnte ja fast meinen... Sauerstoff... Ohohoho. Ohohoho. Ohohoh. Ist bei mich fressen? Vielleicht? Ohohoho! Ohohoho! Ist bei mich fressen? Vielleicht? Ich... Weiß ich doch. Hm. Also ich habe aber irgendwie das Gefühl da muss irgendwas sein. Nein. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich? So, was ist das hier? Ein Polymer. Okay. Und für Salzsäure? Höhlenknuspe. Na. So, und dann hatten wir doch noch... Krebs-Wärmereaktor. Lädt Energiezellen in heißen Umgebungen wieder auf. Nicht stapelbar. Nicht stapelbar? Achso, das heißt man kann nicht mehrere, oder? Okay. Der Krebs-Wurfhakenarm. Okay. So, was blödes? Ich kann eben noch nicht tiefer. Das ist eigentlich so mein Hauptproblem. Na. So, da hinten war doch, wenn ich das richtig gesehen habe... War hier irgendwo so ein Sauerstoff. Dingens. Habe ich nicht eben so einen Sauerstoff? Doch. Hier. Hatte ich schon. Den hatte ich schon. Mit ultra hoher Kapazität. Okay, das würde mir... Ja. Unheimlich helfen. Aber... Ich habe so einen Eindruck, ich sollte hier... Okay, der ist aber immer noch erschöpft. Vielleicht auch tatsächlich einfach nach Fragmenten suchen, oder? Wie ist das? So. Was leuchtet da? Irgendwas. Was leuchtet da irgendwas? Was leuchtet da irgendwas? Was ich aber bräuchte, wenn sie diese Sauerstoff... Pflanzen. Aber nein. So, wir müssen einmal zurück. Es hilft nichts, ja? Es hilft einfach nichts. Warnung. 30 Sekunden Oxygen remaining. Warnung. Ich will mal kurz was gucken. Habe ich die aus Versehen abgekoppelt, oder was? Ne. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt habe ich das einmal bewegt. Jetzt geht's auch wieder. Ja. So, und zwar... Äh... Möchte ich einfach nur hier mal ein paar Sachen ablegen. So, und das ist schon okay. Okay. Wir könnten vielleicht vorsichtshalber schon mal... So, dann möchte ich gerne mal... ...den Scanner... ...den Scanner. Und zwar... ...auf... Fragmente. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Und aussteigen. Das wird ja einfach mal gucken. Ob wir denn hier noch weitere Fragmente kriegen. Irgendwo. Ah, das ist schon spannend, aber... Äh, Quatsch. Da muss ich stehen. Du kamst in einer Reihe von Daten, die mit der Konstruktion einer neuen Störungsmedien helfen. Aha. Du musst weiterhin unterscheiden. Komme ich hier auch wieder raus? Also, wenn es dunkel ist, ist es immer ein bisschen... ...bisschen unglücklich. Weil man ja nie weiß... ...wo man gerade ist. Oh, ich hoffe, das wird nicht knapp. Oh, es wird spannend. Ne, doch nicht. Oder? Oxygen. ja 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 jetzt bekannte signalmanager im bauertefakt okay Es gibt eine große Gestaltung, die abgebrochen ist und sich über das umliegende Gewerbe erhebt. Es gibt eine große, ungewöhnliche Gestaltung, die abgebrochen ist und sich über das umliegende Gelände erhebt. Das heißt, suchen oder was? Definitiv. So, ich muss bloß mal gucken, Erbauer-Artefakt, aber 710 Meter, das wird ja nichts. So, wo ist jetzt? Da will ich jetzt nochmal runter. Müssen bloß ein bisschen mit dem Sauerstoff aufpassen. Also das wäre fatal, wenn ich jetzt hier sterben würde. Einfach deswegen. Das hatte ich schon, weil wir natürlich, weil dann die Seebahn, das alles, das wäre ja alles in dieser Tiefe hier. Da muss ich ja erst mal wieder hinkommen. Ah, den wollte ich haben. Ah, da ist aber nichts in der Nähe. Also es sollte nicht zu übermütig werden. Ich habe aber auch so ein bisschen den Eindruck, Was? Was? Die Merkur 2, ja, die hattest du schon geortet. Aber da waren wir ja auch schon. So, das hilft nichts. Also hier muss ich abbrechen. Das hilft einfach nichts. Also wir kommen hier nicht richtig weiter. Das ist, äh, leider. Ne, den will ich gar nicht benutzen. Hm. Also hier kommen wir definitiv nicht wirklich weiter. Äh, hier bräuchten wir wohl noch. Was können wir denn? Haben wir irgendwas erforscht, was Neues eigentlich? Mit ultrahoher Kapazität. Das ist eigentlich das, was wir bräuchten. Oder wir müssen eben noch weiter runter, aber dafür brauchen wir Rubin. Ne, gar nicht wahr? Evaliertes Glas brauchen wir dafür nur. Ach, ich dussel. Ich bin da dussel. Das hätte ich doch gehabt. Schiffsname. Merkur 2. Außer Betrieb. So, Pflanzen. Meer. Okay, das haben wir. Das Dreiecksblatt haben wir auch. Riesenseewurzel haben wir auch. Verwälkte. Auch für andere Pflanzen und Tiere. Das heißt, Nachrichten. So, das hatte ich überhaupt gefunden. Ansonsten können wir das Antenco noch nicht erklären können. Was haben wir hier noch? Tiere. Fleischfresser. Pflanzen, Fleischfresser, den Trichterfisch. Okay, aber der wird ja harmlos sein, ne? Der wird ja bestimmt eher andere Dinge auffressen. So, Signalboja. Triebwagen mit. Hm. Tja, was machen wir jetzt? Also, ich würde sagen, wir fahren jetzt nach Hause. Da bauen wir das andere, äh, das Tiefenmodul. So, ich muss jetzt bloß mal gucken. Steigen wir jetzt nach oben? Ja. So, da fahren wir jetzt nach Hause. Das geht ja relativ schnell. Und. Könnte ich ja eigentlich mal schnell scannen, was? Oder? Scheint auch gar nicht so doll aggressiv zu sein. Oder eben doch. Oh. Oh. Was auch immer der da. So, ich darf jetzt eine Weile das, äh, Fahrzeug nicht steuern, würde ich sagen. Oh, ziemlich lange nicht. Wann hört denn das auf? Ich sollte mich schlafen legen, oder was? Okay. Da müssen wir ein bisschen, das dauert ein bisschen sehr lange. Ja. Ich weiß auch nicht, ob mir da jetzt irgendwie was geholfen hätte. Was auch immer, es war ich viel mehr. Oh. Ah, da. Entschuldigung. Mal gucken, was wir sonst noch so entdecken. Ach, die Biester. Ach, ich glaube, dann wissen wir ja auch ungefähr, wo wir sind. So, wir könnten uns natürlich auch das andere mal anschauen. Also dieses quasi. Um einfach mal zu schauen, ob wir da vielleicht schon irgendwie weiterkommen. So, noch viel Energie. Oh. Gerade noch drüber. Ach, die versuchen es immer wieder, die Biester. 500. Ist näher dran, oder? Ja. Aber wird wahrscheinlich auch relativ tief liegen. Ich könnte hier natürlich noch ein bisschen was mitnehmen, wenn wir dann ohnehin schon hier sind. Also die tun einem schon weh. Das muss man denen echt lassen. Sorry, war das 500. 500 nach unten, habe ich so den Eindruck. Ja, das geht definitiv nach unten. Und dann 500. Ne, 300 nur. Aber wir gehen mal weiter da. Kommen wir da irgendwie noch weiter? Ne. Auch nicht. Auch nicht wirklich. Gut. Wir besorgen uns jetzt erstmal, dass wir noch ein bisschen tiefer tauchen können. Das könnte uns da unten, da wo wir jetzt eben gerade waren, da könnte uns das unheimlich weiterhelfen. Also wenn wir da vielleicht noch 100 tiefer könnten. Ups. Da war ein ganzer Schwarm. Dem hätte ich vielleicht, ich hätte versuchen können, dem auszuweichen. Okay, ich gebe das zu. Und da. Ach, ich weiß, wo das ist. Ich weiß schon, wo das ist. Wir gehen jetzt erstmal zurück. Wo sind wir so nah dran? Das wäre ja totaler Quatsch, wenn wir das anders machen. Also emaliertes Glas kann ich ja inzwischen bauen. Da kann ich euch nämlich auch mal zeigen, wie sich meine Station mittlerweile ein bisschen aufgepimpt habe. So, und dann ist die Energie nämlich auch leer und dann weiß ich nämlich ungefähr da. Habt ihr schon gesehen, oder? So, wie sieht's? Äh, Hunger. Ja, ich habe noch ein bisschen. Und aussteigt bitte. Alle aussteigen. So, und zwar habe ich hier so ein Scan Dings drauf gebaut. Ne, noch nicht habe ich hier. Ne, gar nicht. Also hier habe ich so eine Aussichtsplattform. Fand ich irgendwie witzig. Ähm, das sind, ja okay, aber ich hab's. So, und hier habe ich nämlich so ein Scan-Labor. Oder wie das Ding heißt. Habe ich hier aufgemacht. So, und der scannt nämlich. Den können wir nämlich auch gleich noch ein bisschen aufpimpen. Und dafür musste ich auf meinem Aufenthaltsraum oder Wohnraum musste ich irgendwie so hochbauen. Also ich musste ein bisschen rumprobieren. Ich könnte theoretisch jetzt hier auch äh, tatsächlich weiterbauen und noch so einen Mehrzweckraum dahin bauen. Aber ich müsste dann ständig durch meine Schlafräume. Das wäre auch nicht schön. So, da können wir jetzt nämlich gleich auch erst mal äh, vielleicht was essen. Vielleicht könnten wir noch mal einen Fisch oder sowas fangen, bevor wir reingehen. Schwupp. Ah, erst mehr. Du kommst nicht jetzt. Du entkommst mir nicht. Zack. Oh, und noch einen. Damit ich auch richtig satt werde. So. Hui. Ja, vielen Dank. Ich bin auch froh, wieder hier zu sein. Es war knapp. Computerstimme. Ich weiß nicht. Müsste mir noch einen Namen geben irgendwie. Äh, nee. Was zu trinken brauche ich gar nicht. So. Wir wollen was zu essen haben. Erst mal den Magen vollschlagen. Ja, sonst kann ich nicht richtig denken. So. Das reicht mir eigentlich auch schon. Erst mal. Na. Äh, doch. Da waren wir richtig. Mh. Das hat gut getan. So. Trinken haben wir. Ups. Falsche Richtung. Trinken haben wir auch da. Nehmen wir mal noch einen mehr. Ah, das ist super. So. Jetzt können wir dieses Tiefenmodul bauen. Wo bauen wir das Tiefenmodul? Bauen wir das hier? Tiefenmodul Stufe 2 bauen wir da. Und Tiefenmodul Stufe 1 bauen wir wo? Seebahn Erweiterung. Das bauen wir nämlich hier. Ah. Was ist das? Polyurene. Na gut, das müssen wir erst noch rausfinden, wenn wir das machen. Krebs. Aber wir müssen ja erst mal den Krebs überhaupt bauen. Können wir den Krebs bauen? Ne. Was brauchen wir jetzt? Jetzt habe ich es. Plaststahl, glaube ich. Ne, gar nicht. War? So. Wir brauchen Plaststahlbarren einmal und emaliertes Glas. Für emaliertes Glas brauchen wir Glas. Und wir brauchen Diamant. So. Und für Plaststahlbarren brauche ich Titanbarren und ich glaube Lithium, oder? Letzte Mal, dass wir Lithium haben. Das heißt, ich muss unbedingt wieder Lithium bauen. So. Glas. Reicht einmal Glas nicht? Oder was brauchen wir dafür? Blei brauche ich dafür noch. Ah. Bleikristall. Okay. Okay. So. Machen wir einmal emaliertes Glas. So. Plaststahlbahn brauche ich Titanbahn. Ich brauche zweimal Lithium. Ah. Oh. So. Da haben wir aber definitiv nichts mehr. und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir gerade was eingesammelt haben. Das glaube ich nämlich irgendwie auch nicht. Also was auch immer wir eingesammelt haben, ist auch was anderes, oder? Blei. Schade, schade, schade. So. Das heißt, ich muss jetzt erst mal Lithium. Das wäre ja eigentlich eine gute Idee. Dann könnten wir eigentlich oben den Scannerraum mal ausprobieren. Ich will mal ganz kurz gucken. Lithium. 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 Wir werden mal in den Scannerraum. Dann können wir den nämlich mal ausprobieren. Mal gucken, ob es klappt. Ähm. Was wollte ich denn? Ich wollte das eigentlich wieder loswerden. Das behalten wir ja. Das heißt, Blei kann ich dann auch wieder loswerden. Erst mal. So. Titan. Ich weiß natürlich nicht, was wir jetzt gleich brauchen. Hätte jetzt vielleicht auch erst mal abwarten sollen. Aber na gut. Silber kommt da auch mit rein. Den Titanbarren, den brauche ich noch. Lithium. Ich brauche zweimal Lithium. Nickelerz. Das ist neu. Packen wir da mit rein. Nickel. Das ist neu. So, jetzt bräuchten wir muss ich doch direkt mal gucken. Erweiterungen. Ich weiß nämlich nicht, wo wir die Erweiterung oben für für den Scannerraum machen. Wo bauen wir die denn? da nicht? Gute Frage. Nächste Frage. Müssen wir doch mal hier reingucken. Weil wir können ja Scannerraum Erweiterung. Aber wo machen wir das? So, also Magnetit habe ich noch nicht. Kameradone bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Magnetit habe ich noch nicht. Aber das können wir schon machen. Dafür brauche ich Gold und Silbererz. Das würde ich jetzt mal tatsächlich mal anheften. Und dann ist die Frage. Gold und Silbererz. So, auch wenn es dann weiter nichts ist. Dann arbeitet der schneller. Weil da kann ich es nicht bauen. Hier kann ich es auch nicht bauen. Wo kann ich das denn wohl bauen? Wo baue ich solche Sachen? Ja, oben kann ich es ja bestimmt nicht bauen, oder? Wir gehen mal hoch. Achso, das kommt wegen der... Ich muss immer einen Schritt zurück gehen. Doch, hier kann ich es bauen. Okay. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch. Schwupp. Und jetzt arbeitet er nämlich schneller. So, und wir brauchen... Was brauchen wir? Was haben wir gesagt? Was brauchen wir? Silbererz, nein. Titan, Wurzelblase, nein. Quarz, nein. Blei. Kann das sein, dass er das nicht... Titan brauche ich nicht. Kreaturenei brauche ich nicht. Kupfererz brauche ich nicht. Kreaturenei, das muss ja einen Sinn haben, ne? Quarz, Salzablage, Schiffel, Silbererz, nein. Tischkoralle brauche ich nicht. Das verstehe ich jetzt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Der kann das nicht scannen, was ich brauche. Der kann das nicht scannen. Bin ich jetzt zu blöd? Lithium brauche ich. Und Lithium kann er nicht scannen. Blei kann er scannen, aber Lithium nicht. Das verstehe ich nicht. Ich bin doch auch nicht blind jetzt, oder? Wo ist denn Lithium drin? Hätten die Gehrmverwendung. Ja, das verstehe ich. Gibt es denn hier irgendwie bei den Erforschungen? Aber hier kann man auch nicht suchen, ne? Geologie-Daten. Da finde ich sowas nicht, oder? Alkanid, die häufig Silber oder Tentan. Kalverid, Gold oder Titan. Kalkstein, Titan und Kupferquelle. Ja. Ist aber nicht das, was ich jetzt gesucht habe, irgendwie. Wenn ich ganz ehrlich bin. Fortsetzte langsam, ungeschützt vor allem langsam auf den Meeresboden. Ist ein Pflanzenfresser. Ach, das ist doch nur der Verteidigungsmechanismus gewesen. Bin ich ja froh. Der hätte mich so fressen können. Also das ist jetzt ja blöd. Wo habe ich denn Lithium gefunden? Ja, gute Frage. Hm. Jetzt fehlt uns doch tatsächlich ein Lithium. Da muss ich mich noch dran gewöhnen. Dass ich da mal runter muss. Wo gab es denn letzt... Wo haben wir denn tatsächlich Lithium gefunden? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube nicht, dass ich das hier gefunden habe. So. Und es sah so ähnlich aus wie Blei. Also würde ich mal sagen, war das da hinten irgendwo? Oh. So. Jetzt sind wir gleich so weit, würde ich mal sagen, dass der Saft ausgeht. Das ist jetzt der Fall. Null. Null. Energiezelle. Auswählen. 100. Null. Das heißt, wir brauchen jetzt wüsste ich wahrscheinlich 50% Energie haben oder wie? Tatsache. Ich denke mal, dass das Ding auch mehr Energie verbraucht. So. Ich weiß nicht. Ich könnte mir das zum Beispiel hier sehr, sehr gut vorstellen. das tut mir leid. Wir brauchen auch bald wieder Korallen. Dass wir vielleicht hier einfach mal gucken. Guck mal, wir sind hier auf schöne Höhe. Also, wir sind hier auf schöne Höhe. So. Und das wir einfach mal nach Lithium scannen. Aber kann der das auch nicht? Magnetit. Wäre natürlich auch gut. Das brauchen wir auch. Nickel, Erz, Rubin, Uranit, Kalkstein, Silbererz, Quarz, Fragment, Alkanit, Salzablage, Tischkoralle, Lithium. Ach, das geht tatsächlich auch so? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir sind ja noch auf. Naja, Höhe ist ja noch eigentlich ganz okay. Aber keine Chance. So wie das aussieht, finden wir das hier nicht. Ja, fragt mich nicht, warum ich jetzt dachte, dass wir das hier vielleicht finden können. Aber das sieht nicht so aus. Also hier scheint das jetzt nicht unbedingt. Oh. Nennen wir trotzdem mit. Vielleicht, weil ich das noch nie gescannt habe. Aussicht auf Blei. Das heißt, wo auch immer ich das rausgekloppt habe, ich habe es wahrscheinlich nur noch nie gescannt. Da hinten kann ich Sauerstoff bekommen. Da muss ich also drauf achten. Ah, da gibt es auch nochmal Sauerstoff. Ich habe jetzt aber schon ne Idee, wo wir das vielleicht herkriegen könnten. Aber sicher bin ich mir nicht. Ups. So. So, wo ist denn die Seebahn? 33 habe ich noch. Ja, das war doch schon. Ja, das war doch schon. Ist eigentlich noch alles dran? Ja. Muss ich mal vorsichtig selber gucken. So, das heißt, ich muss mir auch noch so eine Hochleistungsbatterien dann bauen. Hm. für die Seebahn. Ah, das kommt, das brauchen wir jetzt auch noch. Wenn wir schon hier sind, scannen wir, was das Zeug hält. Für Rohstoffe, Titan braucht man sowieso am meisten. Also, ich weiß auch nicht, erst verbrät man das alles, wenn man nicht so richtig weiß, wohin damit. Äh, und dann schlagartig muss es weg. Ich muss mal ganz kurz was gucken. erhöht die Arbeit, Silber, Erz und Gold brauche ich doch nur. Achso, für das Tiefenmodul, ne? Ja. Ähm. Ich will noch mal ganz kurz aussteigen. Die möchte ich gern haben. Ich habe noch ein bisschen Platz im Fahrzeug. Und dann nehme ich doch hier mit, was ich kriegen kann. Ah, Inventar ist voll. Äh, voll ist voll, ne? Ich will aber gern trotzdem noch ein paar mitnehmen. So, liebe Leute. Also, ich denke mal, das soll es jetzt auch gewesen sein. Hat nicht ganz so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir machen aber definitiv in der nächsten Folge da weiter. Ich werde mal gucken, dass wir, dass ich das Zeug jetzt finde. Und sobald ich es habe, nehme ich die nächste Folge auf. Und dann geht es weiter. Dann schauen wir mal, was wir noch so alles schönes anstellen. Und ja, was soll ich sagen? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr bleibt dabei. Ich hoffe, es wird nicht zu zäh. Schreibt mir gerne in die Kommentare. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.